Einen angenehmen Sonntagabend. Große Temperaturgegensätze. Heute beispielsweise in Vorarlberg 13 Grad im Brand, hingegen nur 5 Grad in Bregenz. Ähnlich geht das Wetter auch morgen weiter. Von der Großwetterlage her ändert sich nicht viel. Wir haben es weiterhin mit einer kräftigen Südströmung zu tun, die uns sehr milde Luftmassen in den Alpenraum transportiert. Übrigens, diese Südströmung verursacht doch ziemlich große Schneemengen, vor allem im Bereich der Westalpen. Westlich von Turin erwarten wir bis morgen Abend an die 3 Meter Neuschnee. Ja, bei uns wird es keinen Schnee geben, es wird relativ mild weitergehen. Schauen wir uns einmal die Temperaturlandschaft in Europa an. 6 Grad in Madrid morgen. Gestern gab es ja heftige Schneefälle und leichtes Winterchaos. 8 Grad gehen sich in Paris aus und 20 Grad mit dieser Südströmung beispielsweise morgen in Rom. Hören wir zur Österreich-Prognose zurück. Da gibt es vor allem wieder Nebel und Hochnebel im Osten und im Südosten Österreichs. Am Vormittag noch ein paar dichtere Wolken. Im Tagesverlauf werden dann im Bergland die Wolken weniger. Die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein. Allerdings im Norden und im Osten kann es aus dem Nebel auch immer wieder Regen geben. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus 2 und plus 6 Grad im östlichen Flachland. Und mit leichter Föhnunterstützung werden die Tageshöchstwerte morgen im Westen wieder über die 10-Grad-Marke drüber klettern. Da, wo der Nebel picken bleibt, meist nur 4 bis maximal 8 Grad werden da zusammenkommen. Wie geht es weiter mit unserem Föhnwetter? Am Dienstag Föhn-Höhepunkt. Im Süden beginnt es allerdings schon zu regnen. Die Schneefallgrenze liegt etwa bei 1500 Metern. Sonst erwarten wir Nebel im Flachland, Sonne auf den Bergen und bis zu 14 Grad wird es warm werden. Ab Mittag, ab Mittag, ab Mittwoch geht das Wetter in ruhigeren Bahnen weiter. Der Föhn schläft ein, die Temperaturen gehen langsam zurück. Nebel unten, Sonne oben. Mit diesen Aussichten noch einen angenehmen Abend. Schön, dass Sie reinschauen beim aktuellen Wetter. Im Augenblick messen wir im kleinen Walsertal in Mittelberg 10 Grad plus, ganz schön warm. Die Weihnachtsferien sind vorüber und Sie haben uns über extra ORF.at diese wundervollen Impressionen zukommen lassen. Eislaufen in Kärnten, hingegen traumhafte Sonnenuntergänge am Neusiedlersee. Und hier ist es schneefrei im Osten Österreichs. Die Prognose für den morgigen Tag sieht ähnlich aus wie für den heutigen. Und zwar nebelgrau im Osten und im Südosten Österreichs. Aus dem Nebel kann es auch immer wieder Regen geben. Im Westen hingegen im Bergland Sonne und Wolken, die einander abwechseln. Die Temperaturen, Föhn unterstützt bis zu 12 Grad in den westlichen Landesteilen. Mit dem Hochnebel wird es nicht mehr als 4 bis maximal 8 Grad sein. Aber das ist auch relativ mild für die Jahreszeit. Jetzt noch ein flotter Blick auf den Dienstag. Der Höhepunkt des Föhns, da erwarten wir Spitzenwerte um die 14 Grad. Im Süden beginnt es zu regnen. Die Schneefallgrenze, die wird etwa bei 1500 Meter liegen. Und am Mittwoch geht es mit ruhigem Wetter weiter. Der Föhn bricht zusammen, die Temperaturen gehen zurück. Nebel unten, Sonne oben. Schönen Abend.